Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Ich glaube das ist Sandra. Du bist ein Lappen ey. Schatz! Sieb! 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 Doch, 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 doch! Seid! Nochmal. Ich will nochmal. Safety first. Abenteuer beim Babysitting-Achievement. Alles klar. Heilige Mama Maria, Gottes Willen. Puh. Hi da. Habt ihr es zu töten? Ich glaube, sie war ein Mönster. Ich glaube, sie war ein Mönster. Ich glaube, sie war auch so. Du hast alles selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Ich glaube, das wird ein bisschen Zeit. Du kennst? Oh. Schau, ich weiß nicht was passiert, aber ich werde dich nachdenken. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen Hilfe finden, bevor es schmerzt wird. Ja. Es ist nicht sicher am Abend. Glaube ich auch. Ich glaube, tagsüber ist es safer. Und Leute, ich glaube, also wie es aussieht, spielt die ganze Sache ja trotzdem so mit Atlanta im Mittelpunkt. Das ist in der Serie auch, dass Atlanta so das Seuchenschutzgebiet, sag ich mal, war angeblich. Ähm. Scheint mir hier auch so zu sein. Kann ich sprinten? Ne. So aussieht nicht. Versuch'n T-Service? Wo? Hä? Nein. Okay. Tor. Tor. O nein. Mann. Besonders. Schatell že kids. Mann. 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 müssen uns gehen? O? Was? Ich will nicht schlafen in der Triehaus heute Nacht, aber ich weiß nicht, ob ich mich verlassen sollte. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich werde dich nicht alleine verlassen. Wir gehen irgendwo in eine Sicherheit, die nahe ist, okay? Das ist eine gute Idee. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. I thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Uh... We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you wanna do? I... I... The monster's coming. We gotta go. We gotta go. Lee quick. Let's go. Let's go. Alles klar. Und los. Schieben. 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 Oh Clementine, hilf mich. Nice. Einfach gegen das Auto-Brenner. Das stimmt allerdings. Das würde ich auch so gern machen. Einfach mal überall durchbrennern. Weil die Welt ist eh im Arsch oder so. Damit wollen wir einfach überall durchbrennen. Du bist verantwortlich. Ui. Ui, das klingt nicht gut. Das war ein Achievement, was ich gerade freigeschalten habe. Ey. Ui. Das klingt... Nicht so nice. Da brennt sogar noch Licht. Das heißt, Strom haben sie auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Als ob der jetzt wirklich abhaut, ey. Was ist denn mit ihm? Perchal, bist du es? Der Junge ist ein Lebensretter, wir müssen irgendwo unterkommen. Ihr Junge ist ein Lebensretter. Das ist ein Lebensretter. Er ist glücklich, dass er ein Hilfe von jemandem ist. Also, es ist nur du und deine Frau, dann? Oh, nicht seine Frau. Er ist... 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 Er ist ein Mann, der hat sie allein gefunden. Er ist... Er ist... Ja, es macht sich nicht so gut. Ich kann dir helfen. Sean, rüber in und check auf deine Frau. Du, aus dem Bauch auf der Türke und ich will, was ich habe. Okay, der Typ traut uns irgendwie wahrscheinlich nicht. Es Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Oh, Herschel. What? Cool. Ask Herschel. How'd this happen? Car accident. That so. Where are you headed before the car accident? Just, uh, out for a drive. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we, uh, find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. What? I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I watched a man let himself get run over without blinking an eye. Well, do what you think you should. We got plenty of chores. We got plenty of chores. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alright then. Alles klar. Das Spiel ist schon mal interessant, auf jeden Fall. Oh. Okay. Keine tut mir echt leid. Hat er seine Frau umgebracht? Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, was er jetzt wirklich gemacht hat, so. Hey, komm! Oh, ich bin schweig. Na, du lebst in einem Stall, kleine Frau. Glücklich, dass du keine Späder in deinem Haar hast. Aber ich glaube, dass dein Vater sie alle wegschraubt, hm? Ich bin, äh, nicht unser Vater. Mein Name ist Lee. Ich bin Kenny. Dad, wir sind in der Mitte der Fennste. Da ist ein Trank und alles. Warum Duck? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Wie, das Wasser aus einem Dach. Du weißt? Das ist ein wertvolles Trank. Nein, keine Schmerz. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass er so dum wie eine Bage of Hammer. Dad! Aber er macht es mit enthüßig. Was ist der Weg? Was ist der Weg? Meine Familie ist aus dem Weg. Na der Weg, und persönlich würde ich mich auf die Firma von einem Mann, der kann ein paar Hände zusammenbauen, wenn er muss. Ich will, was die Frau möchte. Ah, muss ich die Frau beschäftigen. Ich verstehe. Ja. Ich kann einen Augenblick auf deiner kleinen Mädchen hier auf dem Pferd. Wir können besuchen. Also, das Bewegung hier ist echt ein bisschen komisch. Ich drücke gerade A, um nach hinten zu gehen. Ist halt ein bisschen weird, das Bewegung hier. Und dann gehe ich erst mal zu den beiden hier hinten. Ey. Wie geht's, Duck? Gut. Ich werde den Traktor fahren. Ich bin der Hauptmann. Leuchte mit deinem Bein, Sean. Wisst ihr, wie es zu fahren? Natürlich nicht. Ich kann dir eine riesige Kritik von der US-Farmbill. Ich bin gut. Sean ist immer noch auf dem Pferd. Sehr gut. Neugierst du eine Hand? Das wäre großartig. Wenn du diese zwei Böcke in die Länge kreierst, dann würde das sicherlich aufpassen. Natürlich. Das kriegen wir hin, glaube ich. Mein Vater weiß nicht, wie schlecht es ist. Nein, er weiß nicht. Ich sehe einen Mann in Atlanta töten einen Kind. Ein Mann. Ich habe ihn gerade in den Augen. Was der Mann ein von den Walkern? Ich weiß gar nicht. Er war entdeckend der Mann, oder fragte Hilfe. Er hat gar nicht gehalten. Er hat nur gehalten. Er hat nur gehalten, legge den Bein in den Augen des Kindes. Und legge den Trigger. Ich habe nicht gesehen. Es ist nicht wie in den Film. Er hat nur gehalten, wie du denkst. Du musst es tun? Was tun? Es tun? Hast du noch eine Doth? Oh. Oh. Uh. Ich hatte einen. Ich könnte einen. Ich könnte einen. Vielleicht. Wenn es weit entfernt ist. Ich bin glücklich, dass wir diese Fence gebaut haben. Der Vater einfach möchte, dass die Familie sicher ist. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich alles, was ich für heute brauchen muss. Danke. 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 Oh, was hier? Oh, was hier? Du, äh... Denkst du, dass das Ding ihn rauskommt? Nicht noch. Ich planze, um zurück zu einem Fortifikation-Passe zu kommen. Wir werden diesen Ort gut anbauen. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Hier ist sonst nichts soweit, wie ich sehe. Schätze ich jetzt mal. Also ich... Find hier nichts. Reden wir mal erst mal mit... Na... Ähm... Erst mal mit Clementine. Die müssen wir noch fragen, ne? Es ist so, dass die beiden zusammenkommen sind. Hey da, Mädels. Hallöchen, Roselos. Wie geht es dir? Alles gut? Jetzt war ihr seht ganz entspannt aus. Was machst du? Wie warst du in der Stadt? Ihr zwei seht tatsächlich relaxiert. Ich denke, wir sind einfach gut. Clementine hat mir gerade über die erste Klasse erzählt. Oh, ähm... Wie war das? Es ist einfach. Ja, ja. Also... Du bist gut? Insofern. Es ist fast wie, dass wir nicht die Leute sich über die letzten drei Tage haben haben. Es ist hier ruhig, nicht? Ja. Mir geht's gut mit dir. Ja, das freut mich. Ja, mir geht's auch soweit gut. Ist ganz nice. Alles fresh bei mir. Irgendwas, was ich noch dazu sagen. Ach egal. Ja, mir geht's auch gut. Haha. So, uh... What do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. Ooh. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No. I used to. I was let go a little while back. Well, that's too bad. Well, I hear people always clamber back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. How did you handle getting through this city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some. Just... Just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then I can't take away the things we... The things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? The things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. But they weren't before. The banks. The politics. The crap. Those things are gone. Hell comes in a lot of different colors. Back in a bit. Okay, Lee. Alles klar. Was ist Ornstein oder Ornstein und Smooth? It's not the most reliable pickup in the world. But it gets the job done. Let's go. Hey there, Kenny. Need any help? No. I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? No, no. No kids. Would have liked one then. You know. How's your son doing? Good, I think. Ah. Cache has got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Hershel's. But... We're a tough family, Lee. Nothing gonna face us. We were in a gas station. 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 So what's your family plan? We're back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. The government will start handing out shots and the National Guard will do it's thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman. Catching Mackerel, Dolphin, whatever's biting and paying. Cache wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See ya.